Und hier dran. Und damit kommen wir zum Boss. Fristas, Fristas. Fristas, Fristas. Fristas, Fristas. Fristas. Düm, düm. 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 Hey, cool. Man kann die zusammentreffen. Der war überraschend einfach. Düm, düm, düm. Sehr schön, mal ein Boss, bei dem ich nicht krepiert bin. Dark, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Volk von Hylia verfügt über magische Kräfte ebenso wie die sieben Weisen. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weisen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Doch wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weisen verbindet, sind diese Kräfte so stark wie ehemals. Uns bleibt nur noch wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten vollständig öffnet. Du musst Ganon bezwingen. Dann wird die Schattenwelt wieder zum goldenen Land und das Trifos stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Meisters. Wir vertrauen auf dich, Dark. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Trifos führen. Nee, du stirbst erst mal. Nee, nee, nee. Nix, nix los. Nix los. Oder so. Äh. 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 Moin. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle hier eine kleine Pause. Wow, ey. Und bin dann gleich wieder zurück. Ähm. Ich gucke noch eben, welcher. Ja, jetzt als nächstes kommt der. Ähm. Ja. Wie gesagt. Ich werde eine kleine Pause machen. Und werde dann noch gucken, dass ich das nächste Dungeon hinterher schiebe. Ja, da würde ich einfach mal sagen, nein, das war falsch. Und ich will doch eigentlich eine Pause machen. Aber ich habe da gerade gesehen, was haben wir denn hier. Nur mal nachgucken. Nur mal so Interesse halber. Was ist denn das hier? Hi Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Du wirst es nicht bereuen, Kumpel, also hör zu, ich habe erfahren, dass im Teich bei der Flussquelle ein kleiner Kreis aus Stein bla 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 bla. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei Pause machen, genau. Ich werde noch eben Link vor das nächste Dungeon stellen. Und dann werde ich eine Pause machen. Achso, ja. Der Vogel, der kann hier gar nicht erscheinen. Wer ist zuerst da? Du oder der Vogel? Vogel! Da muss ich hin. Fast muss ich da hin. Ich muss zuerst noch. Aber das mache ich erst mal Pause. Bis nachher. Und wieder zurück. Pause zu Ende. Ja, jetzt muss ich hier erst mal. Ja, nein. Genau, ich brauche jetzt erst mal das Vögelchen. Weil hier ist zwar das nächste Dungeon. Aber. Ja, wo kommen wir am besten da rein. Mir wird jetzt kein schlauer Weg einfallen. Blub, 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 blub. So. Hier oben kommen wir auf jeden Fall wieder zurück in die Schattenwelt. Und dann muss ich jetzt wohl oder übel über den Weg gehen. Wieso wird mir eigentlich im Ladescreen angezeigt, volle Herzchen und hier habe ich nur Halbvollenbalken. Das ist gemein. Das ist gemein. So, ja. Auf jeden Fall muss ich... nach unten. Lass mich da mal durch. Danke. Einmal wieder den Hammer ausrüsten. Aha, sei da kaputt, wa? So. Hier geht es jetzt irgendwo nach unten. Irgendwo. Ich glaube sogar schon hier. Genau. Erstmal hier durch das Gras stopfen. Stopf, stopf, stopf. Und dann müssen wir hier vorne rein. Uns einmal treffen lassen. Nein, müssen wir natürlich nicht. Hier wieder in die Lichtwelt wechseln. Und blub. So. Bla, 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 bla. Und das Feuermedaglion kriegen. Ich bin gerade am überlegen, wo war das andere Medaglion? Wo war das? Keine Ahnung. Egal, gucken wir mal, ob wir... Hä? Ah ja, ist klar. Erstmal wieder den Vogel rufen. Dahin. Zack. Nein, falscher Stein. Der wär's gewesen. Aber ich glaube, wir haben nicht das richtige Medaglion. Das werden wir jetzt gleich aber sehen. Hüpp. Ja, legen die das Muske. Toll. Ja, das ist das Falsche. Wir brauchen das Blitz. Ähm... 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 Ja... Gehen wir nochmal in die Lichtwelt. Ich weiß, wo denn noch ein Medaglion ist. Ich hoffe, dann... Das ist das, was wir brauchen. Ja, komm uns mal abholen, Vögelchen. Genau da müssen wir hin. Ups. Ups, vom Stein erschlagen worden. Dann mal hier hinten durch. Weil oben auf dem Berg ist ja auch noch ein, ähm... So ein Schrein. Wo man das Schwert in die Luft halten muss, kann ich nicht so sehen. Das hast du nicht gesehen. Ja. Uh, ne Fee. Sehr schön. Du kommst mal direkt in die Flasche. Hier vorne dann einfach runterspringen. Und dann war das hier oben. Und genau da. Ich weiß nicht, welches wir da kriegen. Mal schauen. Ja, ja. Halte das Master Schwert. Ja, genau das Richtige. Das Luftmedaillon. Sehr schön. Und dann müssen wir wieder dahin. Jetzt haben wir auch unser richtiges Medaillon. Und dann können wir jetzt da oben in das nächste Dungeon. Einmal dahin stellen. Und schon wird schönes Wetter. Und... Ab durch die Mitte dafür. So. Hier mache ich einfach mal ein State. Den mal erschlagen. Oh, kleine Schwarzmagier. Ich liebe euch. Wenn ihr tot seid. Komm her. Siehst du, tot. Siehst du, hast mich getroffen. Siehst du, tot. Siehst du, hast du daneben geschossen. Siehst du, tot. Boah. Boah. Ja. Ein halbes Herzchen. Das ist sehr schön. Eine Häschenverwandlung. Und so ein Ding. Ach nee. Das macht gar nichts. Ah nee. Das liegt oben. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen zuerst hier lang. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wir werden es sehen. Die Knochen machen keinen Schaden. Hm. Sehr schön. Ach. Komm mal her. Nein. Nicht da oben rein. Boah. Woo. Ich habe schon eine Fee, aber die will ich nicht verschwenden. Sagte er und fiel tot um. Na, 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 na. Lala, la, la. Und auch tot. Ah, das ist der Raum. Da brauchen wir den großen Schlüssel. Ich bin mir ja hundertprozentig sicher, dass wir nicht durch die Stacheln ran müssen. Toll. Toll. Nein, so ein Ding, um das. Also sind wir hier falsch. Sehr schön. Gucken wir mal hier oben. Ja, was haben wir denn hier? Ein Rotenrubin. Mann, hier schießt alles. Oh, sieht das lustig aus. Das ist jetzt nur, um zu gucken, ob da was Wichtiges ist. Oh ja, da ist was Wichtiges. Also müssen wir uns jetzt beeilen. Zack. Über die Kiste. Den Schlüssel. Und nein, dafür habe ich viel zu wenig Energie. Ah, die können da doch nicht den Schlüssel verstecken. Das ist doch usselig. Genauso wie das usselig ist. Jippieee. Ach, ich habe gedacht, der Weg fällt ein. Jippieee. Wow. 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 Tot. Ähm. Ja, ich glaube, wir müssen hier durch. Ja, müssen wir. Zack. Und wieder ein Schlüssel. Sehr schön. Du gehst da mal rein. Sehr schön. Dann kommen wir hier durch. Können wir den Schlüssel da verbraten. Könnten aber auch erst unten gucken, was unten oder da in dem Usselsraum drin ist. Und das machen wir auch. War ja nicht so weit weg. So, was haben wir. So, was haben wir. So,š example. Vielen Dank.